Den Anfang machen die Leute, die wir jetzt hier in unserem Studio haben, nämlich alle Spitzenakkordeonisten. Leute, die mit flinken Fingern in die Tasten greifen und die 10 Topmusikanten werden begleitet von diesem Trio hier, nämlich von Armin Bruin am Klavier, von Sepp Bürkli an der Basskeige und von Valti grob am Akkordeon. Er, der auch gerade der erste Solist ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020